Wer hat denn nun das Geheimnis der Ü-Eier? Die kleine Rostbeule hier, Obi-Wan Hippobi. Lüftet das Geheimnis. Oh, Hippoda. Ihr das Ei erst knacken müsst. Auf die helle Seite der Schokolade dann hier kommt. Alle Helden dort zu Hause sind. Die Star Wars Hippos in jeder siebten Kinderüberraschung. Möge das Ü-Ei mit dir sein.